Auf geht's. Fürsten und Feiglinge. Und viel Spaß bei den Cutschins. Bis gleich. An diesem Tag erfuhr ich, dass ich dem falschen Herrn diente. Der Tag, an dem ich die Schwarzenfelslegion traf. Und Holden Cross. Kommt raus! Du bin nie! So weit musste es gar nicht kommen! Haltet sie von der Mauer fern! Mein Herr? Recht ist ein! Recht ist ein! So, da sind wir wieder. Aber ich bin ein Wächter. Ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. Ich muss mich beeilen. Ich muss die Pflicht für den Film. Die schwarzen Felder sind oben verlopfen die Wasserbauten. So, dann gucken wir mal. Äh! 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 Genau, das wollen wir jetzt machen. Ja, das war's. Was ist das? hier geht es oft um Mauern Tore Hügel jeden Tag werden schlacht ich muss die Mauer halten der Innenhof so Standart so Spanner, ok Gucken wir mal hier rum diese Beobachtung mal ein bisschen zu beobachten oder irgendwelche anderen Sachen gehen wir mal auf die Jungs, ich will jetzt mal erstmal hier ein bisschen durchsuchen nochmal hier hoch also hier ist nichts zu holen ok 1 von 10 Beobachtung Sie weichen zurück Zieh erfüllt Ok Das geht jetzt hoch, Mitte, her und Standart Jahrzehnte Jahrzehnte juli Jahrzehnte Jahrzehnte Ja, ich weiß, dass ich keine Ausdauer habe. So, die haben wir nochmal. Krieger standgehalten. Das erzeugt sich zumindest. Nehmen wir einen Haken, was macht ihn hier? 11 und 4. Nehmen wir auch nochmal was. Die eiserne Legion besteht aus vielen kleineren Legionen. Der Löwe war einst das Symbol der königlichen Legion. Früher war sie stark. Nun ist sie gefallen. An die Macht von Schwarzenfels. Okay. Gehen wir mal hier nochmal rum. Weil 4 von 10 ist schon trefflich. Hier rein zu holen. Dann ist ja oben nochmal was. Das, was da haben wir auch schon durchsucht. So wird das gemacht. Seht ihr? Ah ja, kommen wir da. Ich will mal welche. 4 von 4 geholt. So, hier haben wir nochmal was. Die eiserne Legion stellt gerne Wächterstatuen vor ihren Toren auf. Okay. Aber sie sind Heuchler. Der Eid eines Wächters geht weit über das hinaus, was ein gewöhnlicher Legionär erfüllen könnte. Mhm, okay. Ist ja hier ein Banner vielleicht. Ne. Gut. So. Noch was. Wenn wir aufhören sie zu bekämpfen, wird die Natur sich immer wieder erheben. Das gilt für Steine. Das gilt für Pflanzen. Für Tiere. Und es gilt auch für Völker. Okay. So. Das Katapult ist noch einsatzbereit. Vorhelm. So. So. Und jetzt muss die Hände ausbauen. So. 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 Dieser Rambock würde die Schlacht entscheiden. Nein! Verteil dich nicht! Was machen wir hier noch? Ich kann doch nicht. Lässt es ein. Hoppala. Sorry. Ja. Ne, den haben wir ja schon. Das kann ja überall noch mal welche sein. Ja. 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 6 von 10 haben wir jetzt geholt. Muht? Halt! Dominique! Dominique, zeig euch endlich! Diese Krieger müssen nicht sterben. Ein Gerichtskampf. Jetzt und hier. Was? Gegen euch? Das wäre kein Gericht. Das wäre eine Hinrichtung. Dann gegen meinen Kämpen. Ihr. Ihr werdet mein Kämpfe sein. Ja, mein. Ja, super. Also gut. Hätte ich mich geweigert, es hätte ein Blutbad gegeben. Ich war auch ein Wächter. Vor langen Sagen. Jetzt gut, ich müsste sie. Aber nicht hervor. Ich bin gut genug. Los, halte ich mal wieder auf. Auf, 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 auf. Jawohl. Jawohl. Sie hatten uns immer noch in der Hand. Es kann nicht sein, dass ein Ritter der Schwarzen Felslegion von einem gewöhnlichen Söldner besiegt wird. Knie nieder. Knie nieder. Für Tapferkeit im Kampf und für ehrenvolle Dienste erhebe ich, Holden Cross, dich in den Ritterstand. Erhebt euch Ritter der Schwarzen Felslegion. Wir sind hier fertig. Kommt mit. Ja mein. Du warst jetzt im Ritter erschallt. Und so kam ich schließlich zur Schwarzen Felslegion. Visionsbelohnung Und ein Erfolg. Willkommen bei der Schwarze Fels. Werden wir Mission 1. Du gewinnst an Storyerfahrungen und steigerst deinen Storylevel, indem du Missionen spielst und wiederholst. Wenn du im Level aufsteigst, schaltest du neue Garten und Gartenstufen frei, die du in der Mission einsetzen kannst. Je höher die Schwierigkeitsgrad ist, desto mehr Punkte verdienst du. Du kannst dir deinen aktuellen Vorstand erzählen, indem du... Ja, okay. So, wir sind jetzt von den Fürsten und bleibst du und bleibst draußen. Auf geht's. Natürlich weiterhin bei leicht. Wir können ja mal kurz die Geschichte anhören. Dieser Wächter war mehr als würdig. Aber es gab noch so viel zu erledigen. Die Wikinger waren dabei, die letzte Zuflucht der Eisernen Legion in Aschfeld zu zerstören. Meine Schwarzenfelslegion sollte sie retten. Alles klar. Dann haben wir mal zerbrechliches Finden, 5 Stück und beobachtes 5 Stück. Alles klar. Du hast Storygarten erhalten, die du während der Mission verwenden kannst. Du kannst aktivieren Gartenstufen des Spiels auf Pfeiltest rechts, Pfeiltaste oben oder links einsetzen. Steige weiteres Torvieler auf und noch mehr Gartenwerte schenken. Alles klar. Und wir werden die zweite Stufe Luftstufe durchregnen. Hier ist ein modernes Teil deines Gesundheits. Das ist doch mal nett, ne? Okay, dann wollen wir mal sagen. Gehen wir weiter. Und wir sehen uns dann in der Katzen wieder. Es gibt viele Legionen. Und die Eiserne Legion ist die größte von ihnen. Doch in Aschfeld stand die Eiserne Legion kurz vor ihrem Unterkampf. Ihr Kommandant, Stone, brauchte eine Armee. Holden Cross schickte mich. Schwarzenfels, wo bleibt unsere Verstärkung? Das bin ich. Ist das ein Scherz?